Okay, geht schon. Hallo, ich bin der Markus von Spielenprogrammieren und rede hier mit dem... Ein Haus, meine Damen. Ja, ein Haus, was macht man denn so in der Universität? Die Fernuniversität Hagen ist eine Universität insbesondere für Berufstätige, was darin äußert, dass das Studienmaterial den Studenten nach Hause zugeschickt wird. Dass man also zu Hause flexibel studieren kann und nicht an einer Präsenzuniversität an bestimmte Veranstaltungen berufen ist. Okay, wie viel würde das kosten? Kosten würde das pro Semester, das hängt davon ab, wie viele Module man belegt, circa 250 Euro pro Semester. Brauchen wir die Wettbewerb-Vorgänge? Die gleichen wie in Österreich auch, in Brechmatura, in Brechmatur. Okay, können Sie nochmal in einem Platz Ihre wichtigsten Erlebnisse bei der Universität studieren? Ich habe nie an der Fernseher von Universität studiert. Achso, okay. Auf Wiedersehen. Danke.